Das sind schwierige Tage für Nancy Faeser. In der von der SPD angestrebten hessischen Wahlrechtsreform für Ausländer gibt es nun nämlich die Kehrtwende. Die Bundesinnenministerin, die ja gleichzeitig die Spitzenkandidatin der hessischen SPD ist, räumte den Vorgang nun als saublöden Fehler, Zitat, ein, wie die Bild berichtet. Der ursprünglichen Forderung nach sollten bereits Menschen, die mehr als sechs Monate in Deutschland leben, bei Kommunalwahlen mit abstimmen dürfen. Nun spricht die SPD allerdings von sechs Jahren, die sich Nicht-EU-Ausländer in Deutschland aufhalten müssten, bevor sie zur Urne gehen dürfen. Die Grünen begrüßen den ursprünglichen Vorstoß. Kritik kam von Verfassungsrechtern und auch der CDU. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken. Vielen Dank.